Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Die Wege des Herzens sind seit 2018 zu meinem Credo geworden. Seither verfolge ich sowohl meinen privaten, wie auch meine beruflichen Wege des Herzens mit all seinen Facetten. In meinem Podcast lade ich Dich ein, Dich berühren, inspirieren und informieren zu lassen. Von mir, meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne Dein Herz, um auch Deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Im Juni 2020 war ich bei Hermann Scherrer Daily in Mastershausen. Ich durfte mit Hermann Scherrer über eins meiner Herzensthemen, die Kriegskinder und Kriegsenkelgeneration, die Folgen übertragener Traumata sprechen, sowie über mein Sommercamp Wege des Herzens, welches vom 4.8. bis 8.8.2021 in Weil im Schönbuch stattfindet. Ich wünsche Dir viel Freude beim Zuhören unseres Interviews. Manchmal haben wir ganz, ganz viele Themen, die uns im Leben beschäftigen. Im schlimmsten Fall sind es Traumata, weniger schlimm ist es vielleicht manchmal auch nur die Selbstliebe, die uns fehlt. Manchmal gehören all die Dinge zusammen und da braucht es dann jemanden, der allumfassend helfen kann. Sei es aus Sicht der Heilpädagogik oder einfach als Coach. Ich bin froh, dass sie hier ist, denn sie kann es. Herzlich willkommen, Marin Fromm. Hallo Hermann. Schön, dass Du da bist. Ja, finde ich auch, danke. Erzähl, Du hast ein großes Potpourri anzubieten an dem, was Du tust, weil Du eben, wie schon angekündigt, Heilpädagogik auf der einen Seite betreibst, auf der anderen Seite als Coach arbeitest, Traumata löst. Haben denn viele Menschen Traumata und Sorgen und vielleicht den Verlust der Selbstliebe? Ja, ich würde sagen, ja. Ja, und das fängt ja schon ganz früh an. Also angefangen hat meine Selbstständigkeit 2009, als ich meine erste Praxis aufgemacht habe. Daraus resultierend, dass immer mehr Familien und Jugendämter auf mich zugekommen waren. Und da habe ich eine Heilpädagogische Praxis aufgemacht und habe festgestellt, unter was für einem immensen Druck die Eltern durch unsere Gesellschaft sind. Das ist so das eine, der schulische Druck und der Leistungsdruck, der nicht weniger wird, genau. Und wo aber meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, den Menschen diesen Druck mal rauszunehmen. Weil wir haben zwar ein anstrengendes Schulsystem, aber wir haben ein sehr flexibles, variables Schulsystem. Die Kinder müssen nicht gleich nach der Grundschule aufs Gymnasium. Sie können auch auf Umwege ihren eigenen Weg gehen in ihrer eigenen Entwicklung. Das ist so mein Thema in der Heilpädagogik mit Kindern oder Menschen, die keine Beeinträchtigung ansonsten haben. Also durch zum Beispiel Autismus oder Ähnliches. Und mein anderer Bereich ist der Autismus. Also das ist schon ein Schwerpunkt in meiner Heilpädagogik. Ich begleite im Moment zwei Kinder mit Autismus oder einen jungen Mann und ein kleines Mädchen. Und was eine ganz besondere Aufgabe ist und die mein Herz besonders füllt. Deswegen ist so die Heilpädagogik das eine Herz, was beruflich in meiner Brust schlägt. Und wo ich auch in meiner Festanstellung als Heilpädagogin noch bin und da mit ehemals minderjährigen Flüchtlingen arbeite. Genau. Und ja, das als Coach, das hat sich entwickelt aus meiner eigenen Situation. Also ich habe während meiner Praxis für Heilpädagogik die personenzentrierte Beraterausbildung gemacht nach Rogers. Und ja, habe es da schon gemerkt, so ein Stück weit. Und es musste dann aber bei mir ein ganz persönlicher Einschnitt nochmal in meinem Leben kommen. Also die Trennung vom Papa meiner Tochter vor sieben Jahren hat mich dann dazu geführt, über mich mal mir Gedanken zu machen oder mir mein Leben anzugucken. Und auch festzustellen, dass ich in vielen Bereichen gar nicht mein Leben geführt habe. Und speziell auch in Beziehungen oder Glaubenssätze, die ich dann auch hatte. Und ja, darüber habe ich dann ja zum Beispiel in Veit Lindau kennengelernt, seine Bücher oder Robert Betz und all sowas, wo ich mir das erstmal angeguckt habe, habe mir selber auch Hilfen geholt und bin da immer tiefer eingestiegen. Und ich würde heute sagen, dass 80 Prozent aller Menschen haben irgendein Trauma und bei manchen wird es, kommt es mehr zum Ausdruck und bei manchen weniger. Manche sind auch einfach extrem verdrängt und damit, da können sie dann praktisch zu mir kommen. Und oft kommen die Menschen erstmal zu mir, wenn sie merken, irgendwie bremse ich mich in irgendwas aus, irgendwas geht nicht weiter. Und dann kommen wir durch einen systemischen Blick zum einen, aber auch durch, also ich mache EMDR-Therapie und Wingwave, also durch diese Geschichten kommen wir da auch gut ran in die Tiefe. Also um erstmal zu erkennen, wo ist überhaupt die Bremse? Ja, genau. Ja, was für Glaubenssätze habe ich in mir? Lebe ich meine Werte? Kenne ich meine Werte überhaupt? Ich bin ja leider bei dir. Ich glaube, die meisten kennen sie nicht und zwischen kennen und leben ist nochmal ein großer Unterschied. Du hast ja auch schon gesagt, viele leben nicht das Leben, das sie eigentlich leben wollen, können. Sag ich mal, kann man, also ich glaube einerseits, wir dürfen uns immer mehr annähern, das zu tun. Auf der anderen Seite sage ich, können wir überhaupt ganz unser Leben leben? Ich bin davon überzeugt, dass wir das mit jedem Wachstumsschub, den wir auch als Erwachsene haben, immer weiter können. Und wir leben in einer ganz besonderen Zeit gerade, in der das möglich ist. Also es mag sich verrückt anhören für Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, mit den Frequenzen, die gerade unterwegs sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft gerade eine große Chance auf Wachstum hat. Absolut. Das erleben wir wirklich, dass wir natürlich ganz, ganz viele Dinge neu lernen müssen, neu machen, verändern, ja auch großes Zeitpotenzial zum Teil haben. Ja und auch zu gucken, sich rauszulösen aus dem, womit unsere Eltern uns geprägt haben. Also will ich das wirklich, also dieses schaffe, schaffe, Häusle baue zum Beispiel, ja. Und will ich mein ganzes Geld, was ich verdiene, in ein Haus investieren und dadurch aber zum Beispiel mein Leben einschränken, weil mein Haus kostet mich so viel, nur um es anderen Menschen zu zeigen, dass ich mir das leisten kann? Ist es mir das wert? Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele tiefe Glaubenssätze in diese Richtung haben, weil wir es ja auch so beigebracht bekommen haben. Ja, und unsere Eltern haben es auch so gelernt. Ja, ja, und immerhin, die haben es noch schlimmer beigebracht bekommen wahrscheinlich und Co. Und du hast ja auch einen ganz wichtigen Punkt, du behandelst dich ja auch mit Kriegsenkeln, hast du gesagt. Oder auch mit Kriegstraumatoren. Ich darf ja sogar fast sagen, ich bin Kriegskind. Also mein Vater war noch Soldat im Zweiten Weltkrieg. Okay. Also ich glaube, dass wir auch ganz, ganz viel, ja, wir noch tragen dürfen, auch an Feldern und Co., wovon wir noch nicht mal eine Ahnung haben, dass das stattfindet. Ja, definitiv. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe mit meiner Familie begonnen, ein Genogramm zu erstellen. Und was für Verstrickungen und was für… Ja, erzähl, was ist ein Genogramm? Genogramm ist sowas wie ein Stammbaum, in dem jedoch auch Beziehungen dargestellt werden, Trennungen dargestellt werden, wo genau aufgeschrieben wird, welchen Beruf hat wer in der Familie gehabt, was für Erlebnisse haben Omas, Opas und so gehabt. Sind es selber Flüchtlings? Also meine Oma zum Beispiel ist Flüchtling aus Polen. Sie hat meinen Opa während des Krieges, der war in Polen stationiert, sie hat ihn in Polen kennengelernt. Und am Ende des Krieges sind beide hierhergekommen, getrennt voneinander und sie hat auf der Flucht ganz viel Gewalt erlebt. Gott sei Dank keine sexuelle Gewalt, jedoch körperliche Gewalt schon auch. Und diese Erlebnisse bringen sie ja mit und auch diesen Verlust und diese Ängste, die sie erlebt haben in der Zeit und wo sie nicht drüber reden konnten. Heißt du, dass Gotti, die Kriegsfolgegeneration auch ganz gefühlsarm ist und Gefühle eben so nicht zeigen kann? Habe ich zumindest mal gehört. Ja, also ich finde das sehr, also ich erlebe es in meiner Familie als ganz schwierig, also auch dran zu gehen an Gefühle und Gefühle zu erkennen. Oder auch an Themen, die gefühlsbehaftet sind, zu sprechen. Meine Familie wird langsam ein bisschen offener. Da hat eine Trennung von mir dazu gehört. Also ich habe mich da wirklich auch loslösen müssen für eine gewisse Zeit von meiner Familie, sodass ich dann auch wieder mit einer bedingungslosen Liebe auf sie zugehen konnte. Und dadurch bin ich an das Thema Kriegsenkel auch erst gekommen, um mich damit zu beschäftigen. Und da bietest du auch was an für Kriegsenkel? Genau. Also dazu habe ich im letzten Jahr einen Vortrag geschrieben, den ich bisher aber noch nicht gehalten habe, was aber mein Ziel ist. Und ich entwickle gerade einen Online-Kurs zum Thema Kriegsgenerationen und die Stärken der eigenen Familie daraus auch finden, weil es ganz viel Kräfte gibt, die wir aus diesen Traumata unserer Familien auch mitnehmen können. Und ich habe eine eigene Praxis wieder eröffnet in Weile im Schönbuch und werde dort Seminare, Workshops anbieten, auch zu dem Thema. Sehr gut. Und wann kann ich jetzt besonders zu dir kommen, als wenn ich Bremsen oder glaube, Bremsen zu haben? Wir wissen es ja meistens gar nicht oder ich weiß, dass ich eine Bremse habe, wenn ich sie lösen kann. Wie kann ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen? Ja, wenn du das Gefühl hast, ja zum einen, du kommst irgendwie im Job nicht weiter, wenn es Beziehungsschwierigkeiten gibt. Also gerade diese Kriegstraumata oder übertragene Traumata oder auch eigene erlebte Traumata wirken sich heute in unserer Gesellschaft dadurch aus, dass es viel Burnout in die Richtung Depression und sowas alles geht. Also wenn ich das Gefühl habe, mir geht es echt schlecht auch, kannst du zu mir kommen, dich an mich wenden und dann einfach, also mein Anliegen ist, in die positive Lösung zu gehen, ja, in ein gutes Gefühl und mit dem Blick nach vorne. Und zwar sollten wir uns die Lebenslinie angucken und die Vergangenheit, aber um den Blick zu bekommen, welche Kraft nehme ich denn daraus mit? Schön, schön. Genau. Und ich glaube, wir können ja aus jeder schlimmen Situation auch Kraft draus ziehen. Ja, immer. Und eine wunderbare Metapher, das ja auch zu tun. Also ich sage es heute immer, früher habe ich, wenn ich dann irgend so einen Rückschlag gehabt habe, hatte ich immer das Gefühl, oh Gott, schon wieder. Und immer ich. Und heute gucke ich mir die Situation an und sage, hey Universum, was willst du mir jetzt schon wieder sagen? Was darf ich jetzt mit dir lernen? Es spricht mit dir. Ja, genau. Aber allein das ist ja schon hilfreich, diesen Perspektivenwechsel zu haben. Ja, genau. Und schwierig genug. Ja, genau. Ich habe die Tage so ein schönes Sprichwort gehasen, wie jede Kehrseite hat auch wiederum eine Kehrseite. Ja, das fand ich so schön. Ja, das stimmt. Und aus dieser ganzen Arbeit, die ich da mit mir gemacht habe und was ja, also mein Weg, mein Ziel ist ja, dass die Menschen den Weg des Herzens finden. Und daraus ist dann auch ein Sommercamp entstanden, das nächstes Jahr stattfinden soll. Das klingt ja schon mal spannend. Genau, also da haben wir, das war geplant für dieses Jahr, welches, ja, was dann aber abgesagt wurde. Wir sind 25 Referenten, die alle zum Thema Herzensweg, eigenen Weg des Herzens finden, Vorträge machen, Workshops und ähnliches. Und da haben wir jetzt einen Partner gefunden, wo wir es stattfinden lassen können, die Oase Weil in Weil im Schönbruch. Und da findet es jetzt nächstes Jahr im August statt. Also 2021. Ja, genau. Wir mussten es jetzt halt um ein Jahr verschieben. Naja, macht ja manchmal Sinn, dann wird es noch besser, weil die Vorbereitungszeit, das Universum hat mit euch gesprochen. Genau, so sieht es aus. Und da finde ich Informationen, habt ihr eine Webadresse dazu? Ja, genau. Wir haben eine Website dazu, www.wegedesherzens.de. Oder einfach auch mich anschreiben, service-at-maren-from.de. Nee, service-at-maren-from.de. Okay. Und ja, dann einfach nachfragen. Und sehen, was los ist. Und erzählen, wie lange geht das Sommercamp? Wie darf ich mir das vorstellen? Vom 4.8. bis 8.8.2021. Okay. Am Mittwochabend ist Eröffnung und Start um 19 Uhr. Und gemeinsames Essen und dann noch eine Tanzveranstaltung. Dann hat Seom uns schon zugesagt. Der wird am 7.8. ein Konzert geben. Und also es findet immer von morgens um gemeinsam um 8 Uhr ein gemeinsames Frühstück statt. Dann sind Workshops von 10 bis 12.30 Uhr, dann Mittagspause bis 14.30 Uhr und dann nochmal Workshops bis abends. Dann gemeinsames Essen und abends sind es entweder Konzerte oder Tanzveranstaltungen. Also es ist ja wirklich ein Festival. Ja, es ist schon ein großes Kino, kann man sagen. Ja, es wird richtig gut. Und jetzt habt ihr gerade das Thema gewählt, Wege des Herzens. Ja. Also wenn man immer ganz viel Fernsehen schaut, kann es uns noch so eine Herzensanleitung geben? Das heißt, ich glaube, dass ja ganz, ganz viele, gerade wenn sie dich jetzt sehen und hören, spüren, Mensch, ich könnte ja auch und da müsste ich ja doch und ich spüre ja auch, dass da vieles nicht im Reinen ist. Und ach, was soll ich eigentlich alles tun? Was können denn so die ersten Schritte sein, um es vielleicht sich oder seinem Leben, seinem Herzen etwas näher zu können? Also für mich das Wichtigste und Schönste und Kraftvollste ist und war, in die Vergebung zu gehen. Mir mein Leben anzugucken und das, was vielleicht nicht gut war. Ich muss nicht alles toll finden und die Vergebung heißt nicht, ich befürworte das, was passiert ist, sondern ich vergebe und verzeihe und komme in die Heilung. Ich bin ja vollkommen bei dir und das ist ja wunderschön zum Ausdruck gebracht, aber lass mich an die denken, die gerade den inneren Rebellen spüren. Die sagen, um Gottes Willen, ich kann doch da, ja, Vergebung ist da noch leicht, aber da gibt es ja auch noch Mr. oder Mrs. X, diesen Vollidioten, wie sollte ich dem jemals vergeben? Dann dürfen diese Menschen gerne sich an mich wenden und zu mir ins Coaching kommen. Zum Beispiel, also ich glaube, nein, ich glaube nicht nur, sondern es ist total gut, wenn man vieles auch alleine, man kann vieles alleine schaffen, aber oftmals hilft es, einen Blick von außen noch zu haben. Also das hat mir ganz arg geholfen. Ja, da bin ich bei dir. Genau. Aber ich sehe ja wirklich, ich hoffe, du stimmst mir dazu, es sind ja schon, und da sind wir ja bei dem Thema, ganz viele innere Kämpfe auch dabei. Es ist ja dann doch für manche nicht so leicht, dann Vergebung zu machen, gerade wo es besonders wehgetan hat. Ja, aber da sage ich ganz klar, dass man da in die Eigenverantwortung gehen muss. Also ich nehme das Wort muss nicht gerne, aber in dem Fall nehme ich das, weil ich bin irgendwann als Erwachsener selbstverantwortlich dafür, in die Heilung zu gehen und glücklich zu werden. Will ich glücklich werden oder will ich weiter rumjammern? Diese Entscheidung muss ich irgendwann fällen. Und für mich ist es völlig okay, wenn sich Menschen dafür entscheiden, rumzujammern und nicht in die Lösung zu gehen. Sie werden dann, als würde ihnen aber Energie und Kraft rauben. Aber es ist ja auch der leichtere Weg. Also ich habe ja schon oft das Gefühl, dass wir, ich mache mal so fast eine Parodie auf digitale Welt, wir haben immer so ein paar, die sagen, lebt dein Leben, lebt dein Leben. Meistens leben es die selbst nicht, was wir oft erleben. Und gleichzeitig tun sich natürlich schon noch viele schwer, das zu tun. Ja, weil es einfach aus meiner Sicht noch immer nicht ganz so in Ordnung ist, zu einem Coach oder Therapeut zu gehen. Das hat immer noch einen Touch, so wie früher in unseren Familien. Es ist noch nicht selbstverständlich in Deutschland. Und das darf viel selbstverständlicher werden. Unbedingt. Wir haben ja diese schöne Metapher, finde ich, vom Sport. Es gibt ja keinen Sportler mehr, der nicht, also mindestens einen Coach hat, wenn nicht drei oder vier oder fünf. Ich kenne es wie das Umfeld von Roger Federer, was ja eine Entourage hat an Leuten, die dafür sorgen, dass er gut ist. Und die Wirtschaftskapitäne ja auch. Und ich übrigens auch. Also was habe ich für einen Beraterstab und alles Mögliche, damit mein Leben funktioniert. Insofern umso wichtiger, dass ich das Privatleben auch auf die Kette kriege. Ja, also ich finde es total spannend, was für Menschen ich genutzt habe, damit ich überhaupt da stehe, wo ich jetzt stehe. Ja, und auch ganz unterschiedlich von Therapeuten über Menschen, die mit Energien arbeiten. Dann ja, so Programme wie bei dir, das Goldprogramm oder beim Veit. Ja, dass ich da auch wirklich viele, Veit Lindau, wo ich viele Kurse gemacht habe. Das ist ein Mix aus allen Möglichen, was einem gut helfen kann. Ja, bin ich dabei. Also ich habe es nicht gezählt, aber ich denke, jeder sollte 20, 30 Tage im Jahr, glaube ich, haben, die er wirklich in sich auch investiert. Das ist das Wichtigste, was man tun kann. Ja, das stimmt. Wir sind das Wichtigste, was wir haben, weil ohne uns funktioniert auch unsere Familie nicht. Prognose von dir noch zum Abschluss. Wo glaubst du, geht die Welt hin jetzt gerade nach dieser herausfordernden Zeit, auch nach einer Zeit, in der wir zumindest die Chance haben, so viel zu lernen? Also im Moment ist so meine Prognose, dass ich das Gefühl habe, dass viele noch, also ein Großteil der Menschen noch nicht in die Wahrheit gucken, noch nicht klar gucken. Und ich glaube, es wird nochmal viele emotionale Zusammenbrüche geben, wenn diese Corona-Phase halbwegs überstanden ist. Weil dann, also im Moment ist mein Gefühl, dass viele auf so einem Überlebensmodus sind. Und ich wünsche mir, dass aber immer mehr Menschen hingehen und die Augen öffnen. Und also es gab ja auch unglaublich viele tolle Situationen aus Corona, ja, viel Zeiten auch für die Familien und ähnliches. Und das wünsche ich mir, dass die Menschen das nutzen und dann sich Hilfestellung nehmen, um aus der eigenen Krise rauszugehen, um den Weg des Herzens zu gehen. Wunderbar. Und dann können wir sagen, und dann am 4. August 2021. In Weil im Schönbuch, in der Oase. In Weil im Schönbuch, in der Oase. Das endgültige Ende und den Herzensweg zu feiern. Ja, genau. Großartig. Danke für das Gespräch. Viel Erfolg, insbesondere beim Sommerfestival. Ja, Dankeschön. Danke, Maren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.